Hallo hier. Und in der nächsten Disziplin würde ich sagen, wir schwimmen eine Runde. Wir gehen in das Bad. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Sexy Anzug. Wir nehmen die gute Daisy dieses Mal. Die Daisy, die Birgit des Nintendo-Universums. Die Birgit kennt man natürlich. Die gute, die gute Birgit. So dann. Charaktere. Also. So. Ich dachte schon, es sind keine Charaktere, ich spawned. So, wie immer können wir mit B vor ein bisschen aufladen dann. Und überhört leider. Ein bisschen spät weggekommen. Wir müssen abwechseln. Die Ausdaueranzeige darf sich nicht leeren. Dann darf es aber auch nicht zu schnell sein, weil... ...man nicht sieht. Okay, komm. Haben wir das jetzt verschwendet. Ich glaube, so gut war ich noch nie. Und dann haben wir noch so einen Endspurt auch noch. Also so gut bin ich bis jetzt noch nie geschwommen. Ich hatte immer irgendwie ein kleines Ausdaueproblem inzwischen. Also von dem her... ...hut, obwohl Rekord... ...es ist auch nicht von mir. Aber auch Weltrekord natürlich nicht. Aber besser als wie so manch anderes Mal. Try again. Desi. Desi. Dorse. 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 Der gute Desi. Der Desi mocht das, ne? Desiree. Jeder hat doch seinen eigenen Schwimmstil. Wo du ein bisschen... ...gucken musst. Darum wird es auch immer angezeigt. Wer wie viel... ...ach komm, das war zwar nicht so gut, aber... ...Energiebalken ist voll. Schön gleichmäßig. Und Turbo. Das war auch nicht schlecht. Und Energie ist schön getimed. Also... ...woah. Moah. Zeit ist wahrscheinlich grauenhaft. Nur ein Rekord. Also für mich zumindest mein Rekord. Obwohl wir fünf Sekunden unter dem Weltrekord sind. Aber immer... ...immerhin... Hut ab, Herr Mare. Hut ab, Herr Mare. Das soll ja erst einmal einer nachschwimmen. Bis zum nächsten kleines Video.